Die zweite Runde im DFB-Pokal der Saison 2024-2025 steht bevor und selbstverständlich gibt es dazu auch eine kleine Prognose von mir. Wir gehen hier jetzt mal alle Spiele durch und wenn ihr Videos wie diese mögt, dann lasst doch an der Stelle schon mal den Daumen nach oben da und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu den Top-Themen der Bundesliga zu verpassen. So und wir fangen mal mit RB Leipzig gegen St. Pauli an. Ich glaube in Leipzig müssen wir nicht darüber sprechen, wer hier als haushoher Favorit ins Rennen geht, auch wenn der Pokal, wie man so schön sagt, seine eigenen Gesetze hat. Leipzig momentan Zweiter in der Bundesliga, punktgleich mit den Bayern, fünf Punkte Vorsprung vor dem drittplatzierten Leverkusen. Man stellt nach wie vor die beste Defensive in der Bundesliga mit nur drei Gegentoren. Und St. Pauli wiederum steht auf Platz 16, hat sich jetzt zuletzt auch nicht unbedingt schlecht verkauft. Im Gegenteil, Pauli hat gegen Wolfsburg beispielsweise ein 0-0 geholt. In Dortmund hätte man ja mit ein bisschen Glück auch noch was mitnehmen können. Und was noch viel wichtiger ist, man ist ja schon auf Leipzig getroffen und da gab es ja am Millern-Tor das 0-0, wo Pauli sogar durchaus die Chance gehabt hätte, mehr als nur den einen Punkt mitzunehmen. Von daher bin ich mal gespannt, wie dieses Duell hier ausgehen wird. Ich glaube, in Leipzig wird es natürlich nochmal eine Spur schwerer, wobei man an der Stelle auch sagen muss, ja, Pauli hat vielleicht zu Hause gegen Leipzig den Punkt geholt, aber tatsächlich haben die Paulianer in Heimspielen noch keinen einzigen Treffer erzielen können. Was das angeht, war man auswärts besser, da hat man immerhin auch schon einmal gewonnen. Ja, was heißt schon, aber dort hat man halt den einzigen Sieg gefeiert, plus die bisher erzielten Tore gemacht. Und wer weiß, vielleicht geht ja was gegen Leipzig. Ich für meinen Teil glaube da allerdings nicht dran. Ich denke, dass sich hier der Favorit durchsetzen wird und deswegen ist hier mein Tipp ein 2-0 für RB Leipzig. Leverkusen gegen Elversberg, eine vermeintlich klare Angelegenheit, möchte man meinen, dürfte das hier werden. Und ich sage euch ehrlich, ich gehe auch davon aus, Leverkusen hat mich zwar in dieser Saison bis hierhin bei weitem noch nicht so überzeugt, wie sie es in der vergangenen Saison getan haben, wobei das nochmal so oder so ähnlich zu spielen ist natürlich unfassbar schwer, um nicht zu sagen, wahrscheinlich fast unmöglich. Was aber auffällt, Leverkusen ist in der Defensive anfällig. Nach 8 Spieltagen hat man bereits 15 Gegentore geschluckt. Natürlich hat man auf der anderen Seite auch 20 geschossen, ansonsten wäre es ja auch schwer, trotz dieser defensiven Anfälligkeit so weit oben in der Bundesliga zu stehen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Faktor, wo sich Elversberg durchaus Hoffnungen machen darf. Und vielleicht erinnert sich ja der ein oder andere noch daran, in der Saison 2022-23 ist Leverkusen in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden, und zwar gegen Elversberg. Da endete die Partie mit einem 4 zu 3. Wer weiß, vielleicht gelingt Elversberg das ja jetzt auch nochmal in Leverkusen, wobei ich glaube, dass die Werkself diesmal eine Nummer zu groß sein dürfte. Ich finde es ehrlich gesagt auch schade, dass so viele Favoriten in dieser Runde Heimspiele haben, also vor allem auch Mannschaften, die eine Liga höher sind als die andere. Ist natürlich echt bitter für eine Mannschaft wie Elversberg jetzt. Aber warten wir mal ab. Vielleicht erwartet uns ja hier eine weitere Überraschung. Allerdings glaube ich diesmal eher nicht da dran. Ich denke, Leverkusen wird sich hier durchsetzen mit einem Ergebnis in der Richtung 4 zu 2. Augsburg gegen Schalke. Wer hätte vor ein paar Jahren noch gedacht, dass man hier Augsburg als klaren Favoriten betitelt. Aber Schalke befindet sich ja wirklich weiter in einer Krise. Man steht erneut weit unten in der Tabelle der 2. Bundesliga. Aktuell ist man auf Platz 15. Punktgleich mit dem 16. Man stellt die schlechteste Defensive der 2. Liga. Offensiv ist sogar Schalke gar nicht mal so schlecht. Aber was bringt es dir, wenn du 3 Buden machst und regelmäßig 4 oder 5 im Gegenzug bekommst? Und deswegen muss ich sagen, so wie sich Schalke momentan präsentiert, wäre für mich ein Weiterkommen in Augsburg schon eine faustdicke Überraschung. In dem Fall glaube ich auch nicht wirklich an irgendwelche krummen Gesetze. Und deswegen mache ich es an der Stelle kurz. Ich denke, Augsburg wird sich hier relativ souverän durchsetzen mit einem Ergebnis in der Richtung 3 zu 1. Die Kickers Offenbach gegen den Karlsruher SC. Hier trifft der 4. der 2. Liga auf den 3. der Regionalliga Südwest. Auch hier haben wir wieder einen klaren Favoriten, würde ich sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieses Spiel hier durchaus eng werden wird. Nichtsdestotrotz gehe ich schon davon aus, dass sich am Ende hier der Favorit durchsetzt. Und zwar mit einem knappen 2 zu 1 für den KSC. Stuttgart gegen Kaiserslautern. Ja, der VfB als Vizemeister der vergangenen Saison gegen den Vizepokalsieger, wollte ich fast sagen. Nein, richtig ist natürlich Pokalfinalist der vergangenen Saison. Da hat sich ja Kaiserslautern sogar noch recht gut verkauft. Und wir können natürlich gespannt sein, ob auch in dieser Saison wieder eine solche Überraschung möglich ist, dass vielleicht auch wieder ein Zweitligist im Finale stehen wird. Allerdings muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass der Turnierbaum zu dem Zeitpunkt sehr günstig war. Viele Favoriten haben sich früh selbst rausgenommen. Ja, und jetzt bekommen es die Roten Teufel. Direkt mal in der zweiten Runde mit einem Kaliber wie dem VfB Stuttgart zu tun. Und auch wenn der VfB in der Bundesliga vielleicht insgesamt noch nicht da steht, wo man am Ende der Saison möglicherweise stehen könnte, spielen die Stuttgarter ja wirklich in großen Teilen immer noch recht guten Fußball, wo ich auch davon ausgehe, dass man hier zu Hause Kaiserslautern überlegen sein wird. Und deswegen wäre mein Tipp hier ein 3 zu 1 für den VfB. Kommen wir jetzt zu einem der spannendsten Duelle in dieser Pokalrunde, und zwar zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Und in der momentanen Verfassung würde ich nicht mal sagen, dass der BVB hier wirklich Favorit ist. Und das gleich auch aus mehreren Gründen. Denn der BVB hat in der Bundesliga bis dato noch kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. In der Fremde hat man nur einen einzigen Punkt geholt. Hinzu kommt jetzt auch ein großes Verletzungspech. In der Abwehr wird man sehr, sehr stark improvisieren müssen. Ausfallen werden ja Waldemar Anton, Niklas Süle, Jan Kutu, Julian Riasson, Marcel Sabitzer, Gio Reyna, Karim Adeyemi und Julien Duranville. Also der BVB reißt hier wirklich mit einem Rumpfkader an und mit eben der Tatsache, dass man auswärts bis dato wirklich keine guten Leistungen abgeliefert hat. Jetzt ist der VfL Wolfsburg auch keine Übermannschaft in dieser Saison bis hierhin. Mit Ruhm hat man sich da auch nicht bekleckert, was man aber sagen muss. Der VfL Wolfsburg hat sich unter anderem gegen starke Gegner auch wirklich gut präsentiert. Wie zum Beispiel gegen Bayern und auch gegen Leverkusen. Am Ende hat es zwar nicht zu Punkten gereicht, aber man sieht, dass in dieser Mannschaft durchaus Potenzial drin steckt. Das ist im Endeffekt das, was ich damit sagen will. Und ich glaube tatsächlich, dass der BVB auch hier Probleme bekommen wird. Die Stimmung dürfte momentan so ziemlich im Keller sein. Dann kommen noch die Verletzungssorgen hinzu. Es herrscht ein gewisser Druck. Darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Man könnte jetzt zwar auch sagen, dass der BVB mit diesem Rumpfkader auf der anderen Seite nicht zu verlieren hat. Allerdings ist der DFB-Pokal, und so muss man das momentan auch sehen, der einzige Titel, um welchen der BVB gefühlt in dieser Saison, wenn überhaupt, realistisch mitspielen kann. Und deswegen wäre ein Ausscheiden hier der erste richtige Super-GAU in dieser Saison. Zumindest meiner Meinung nach. Und da bin ich echt mal gespannt, wie dieses Spiel hier verlaufen wird. Hier eine seriöse Prognose zu wagen, ist momentan echt schwer. Ich kann mir da echt vieles vorstellen. Vom Gefühl her würde ich sagen, wird sich hier wahrscheinlich der VfL Wolfsburg durchsetzen, weil der BVB momentan wirklich gar keine gute Figur abgibt. Dann kommt eben noch dieses unfassbare Verletzungspech obendrauf, welches alleine schon fast den Unterschied ausmachen kann. In jedem Fall habe ich nicht viele Argumente, um hier auf den BVB zu tippen. Das heißt nicht, dass der BVB hier nicht weiterkommen kann. Ich habe aber irgendwie im Gefühl, dass es für den BVB einfach unfassbar schwer wird. Und deswegen wäre mein Tipp an der Stelle, dass sich Wolfsburg mit einem 2 zu 1 gegen den BVB durchsetzt. Wie gesagt, die momentane Auswärtsschwäche plus das Verletzungspech. Es wird einfach unfassbar hart für den BVB. Regensburg gegen Gräuter Fürth. Hier würde ich momentan ganz klar Gräuter Fürth in der Favoritenrolle sehen. Regensburg ist ja momentan schon fast abgeschlagen auf Platz 18, wollte ich sagen. Aber im Grunde genommen sind es ja nur 3 Punkte. Allerdings mit einer Tordifferenz von minus 26. Man hat nur 4 Tore in 10 Spielen geschossen. Bei Gräuter Fürth läuft es auf jeden Fall besser. Man steht zwar mit dem 11. Platz im Niemandsland der 2. Bundesliga. Hat aber aktuell weder was mit den oberen Plätzen noch was mit den unteren Plätzen zu tun. Ja, ich denke hier wird sich Gräuter Fürth durchsetzen. Und da wäre mein Tipp ein 2 zu 0 Auswärtssieg. Köln gegen Holstein Kiel. Eine Partie vermeintlich auf Augenhöhe. Der 17. der Bundesliga gegen den 12. der 2. Liga. Und bei Köln ist es ja momentan wirklich so eine Sache. Eigentlich hat man sich da erhofft mit um den Aufstieg zu spielen. Danach sieht es aktuell allerdings nicht aus. Zuletzt hat man ja auch 2 Niederlagen kassieren müssen. Oder hinnehmen müssen. Einmal zu Hause 1 zu 2 gegen Paderborn. Und davor auswärts 5 zu 1 bei Darmstadt. Also bei Köln läuft es jetzt gerade nicht rund. Holstein Kiel hat in der Bundesliga noch keine einzige Partie gewinnen können. Da lässt sich wie ich finde momentan auch die Stärke relativ schwer einschätzen. Einfach deswegen, weil Kiel in der 2. Liga mit Sicherheit besser abschneiden würde. Einen Favoriten gibt es hier jedenfalls für mich nicht. Und hier habe ich mir gedacht, tippe ich einfach mal auf ein Elfmeterschießen, wo sich dann am Ende Kiel durchsetzt. Hertha gegen Heidenheim. Die Hertha momentan ja durchaus mit obendran in der 2. Liga. Man ist immerhin nur 3 Punkte von dem 1. Platz entfernt. 2 Punkte von 2 und 3. Also da kann man sagen, läuft solide. Da hat man auch die letzten Spiele gewonnen. Generell hat man nur eins der letzten 5 verloren. Und demgegenüber steht Heidenheim, die momentan Ceter in der Bundesliga sind. Wo man den Start als definitiv solide bezeichnen kann. Auch wenn man zuletzt 3 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen hat. Für mich ist das hier eine Begegnung, die potenziell eng werden wird. Und wo ich Heidenheim leicht favorisiert einschätzen würde. Und deswegen habe ich mir gedacht, tippe ich auch darauf, dass hier Heidenheim mit 3 zu 2 Nachverlängerung gewinnt. Paderborn gegen Bremen. Ja, Werder präsentiert sich ja in der Bundesliga momentan wirklich ganz gut. Das kann man nicht anders sagen. Man hat bis dato nur 2 Spiele verloren. Man steht auf dem 9. Platz in der Bundesliga-Tabelle. Ich denke, damit kann man zufrieden sein. Zuletzt hat man immerhin auch einen Punkt gegen Leverkusen geholt. Ich denke, damit haben jetzt auch nicht allzu viele gerechnet. Auswärts ist Bremen übrigens hinter den Bayern die zweitbeste Mannschaft in der Bundesliga momentan. Also, dass Paderborn hier zu Hause spielt, scheint in der aktuellen Verfassung von Werder Bremen nicht unbedingt ein Vorteil zu sein. Paderborn steht aber auch in der 2. Liga momentan richtig gut da. Da steht man auf dem 3. Platz. Von daher würde ich die Paderborner hier auch nicht als den Mega-Außenseiter sehen. Ich sehe hier eine Überraschung auf jeden Fall als realistisch an. Und ich sage mal so, ich könnte jetzt weiter die ganze Zeit immer stumpf auf die Favoriten tippen oder die vermeintlichen Favoriten nach Form. Wir alle wissen aber, das wird im Fußball so nicht passieren. Deswegen habe ich mir hier auch die ein oder andere Partie rausgenommen, wo ich mir vorstellen kann, dass der Underdog oder der vermeintliche Underdog sich durchsetzen wird. Aber, und so viel sei an der Stelle gesagt, das wird nicht in dieser Partie der Fall sein. Denn ich denke, Bremen gewinnt mit 3 zu 1. Und Frankfurt gegen Gladbach. Eines der ganz wenigen Duelle zwischen Bundesligisten in dieser Runde. Frankfurt zu Hause natürlich gegenüber Gladbach momentan klar favorisiert. Die Frankfurter spielen bis jetzt eine wirklich gute Saison. Man steht momentan auf dem 6. Platz in der Bundesliga. Nur ein Punkt hinter Leverkusen, die auf Platz 3 sind. Und Gladbach momentan Platz 11. Nicht sonderlich schlecht, aber auch nicht sonderlich gut. Ich denke, für die Verhältnisse der letzten Jahre kann man da aus Sicht der Borussia nicht meckern. Was hier in diesem Spiel für Gladbach als Vorteil herhalten kann, ist die Tatsache, dass Frankfurt momentan einige englische Wochen hinter sich hat. Da wird es natürlich schwierig mit den Kräften. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Belastungssteuerung betreiben. Sodass ich mir schon vorstellen kann, dass Gladbach hier der Eintracht richtig gefährlich werden kann. Allerdings muss man auch bedenken, Gladbach ist auswärts alles andere als eine Macht. Und deswegen tippe ich hier zwar auf ein knappes Spiel, in welchem sich Frankfurt aber am Ende mit 3 zu 2 nach Verlängerung durchsetzt. Freiburg gegen den HSV. Hier würde ich den SC gegenüber Hamburg klar favorisiert sehen. Die Freiburger haben einen guten Start in die Bundesliga hingelegt. Man steht aktuell auf dem fünften Platz. Das muss man sich mal geben, auch ohne Christian Streich. Geht die Entwicklung weiter in eine positive Richtung. Beim HSV ist es so eine Sache. Man ist aktuell oben dran. Man läuft der Musik in der zweiten Liga zumindest mal nicht hinterher. Ich denke, das kann man an der Stelle sagen. Man stellt auch die stärkste Offensive mit 24 geschossenen Toren. Also was das angeht, kann der HSV hier durchaus Nadelstiche setzen. Ob das aber reichen wird, um hier eine Runde weiterzukommen, Das wage ich dann doch zu bezweifeln. Und deswegen wäre mein Tipp ein 2 zu 1 für den SC Freiburg. Arminia Bielefeld gegen Union Berlin. Erneut ein Spiel mit einem klaren Favoriten. Arminia Bielefeld befindet sich momentan auf dem dritten Platz in der dritten Liga. Während Union Berlin momentan in den Top 4 der Bundesliga steht. Und sich zur Zeit auch in einer guten Form befindet. Man hat nur eines der letzten 5 Spiele verloren. Zu 3 Siegen und einem Unentschieden. Man stellt die zweitbeste Defensive in der Bundesliga. Also das wird auf jeden Fall für Arminia Bielefeld hier richtig schwer für eine Überraschung zu sorgen. Bei Union läuft es einfach wieder. Mit ein bisschen mehr Glück hätte man auch das letzte Spiel gegen Eintracht Frankfurt übrigens gewonnen. Und auch wenn man natürlich nichts ausschließen soll, dass Union Berlin gerade in diesem Spiel hier patzt, würde mich dann doch sehr überraschen. Und deswegen wäre mein Tipp ein 2 zu 0 für die Eisernen. Hoffenheim gegen Nürnberg. Die TSG hat sich ja nach und nach wieder so ein bisschen stabilisiert, nachdem man ja eine Niederlagenserie hinter sich hatte. Was die Siege angeht, da tut man sich allerdings weiterhin schwer. Da hat man ja nur am ersten Spieltag gegen Kiel gewonnen und zuletzt am siebten Spieltag gegen den VfL Bochum. So gesehen hat man da nur die Pflichtsiege eingefahren. Ein solcher wäre durchaus auch die Partie gegen den 1. FC Nürnberg. Aber wie schon angekündigt, muss ich hier irgendwo auch mal den ein oder anderen Hot Take reinsetzen. Und da dachte ich mir, wäre die Partie Hoffenheim gegen Nürnberg doch vielleicht gar nicht mal so eine uninteressante. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass die TSG hier vielleicht patzt. Nürnberg hat ja am letzten 2. Ligaspieltag auch ein denkwürdiges Spiel abgeliefert. Da war ja das 8 zu 3 gegen Regensburg. Übrigens hat man da einfach mal drei Gegentore gegen eine Mannschaft kassiert, die neun Spiele zuvor nur ein einziges Tor gemacht hat. Allerdings hat man Regensburg ja dann auch total weggeschossen. So dass ich denke, dass man damit ganz gut leben kann. Wie auch immer, Hoffenheim ist hier natürlich haushoch favorisiert. Es wird aber selbstverständlich wie immer die ein oder andere Überraschung geben. Und deswegen sage ich, dass Nürnberg mit 3 zu 2 gegen Hoffenheim gewinnt. Dresden gegen Darmstadt. Der 4. in der 3. Liga gegen den 13. der 2. Liga. Nach einem guten Saisonstart hatte Dynamo zuletzt eine Durststrecke, wo man sich allerdings mit dem 2 zu 1 gegen Hannover 96-2 rausgekämpft hat. Denn davor hatte man 5 Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Entsprechend könnte man sagen, dass man hier zur rechten Zeit wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnte. Womit man dann jetzt vielleicht auch mit einem positiven Gedanken in den DFB-Pokal gehen kann. Wo Darmstadt wartet, die übrigens nur 2 Spiele in der 2. Liga gewonnen haben. Aber wenn Darmstadt gewinnt, dann bisher immer mit 5 Toren. Nämlich einmal beim 5 zu 1 gegen Köln und einmal das extrem denkwürdige 5 zu 3 auf Schalke. Für mich eine potenzielle 50-50 Begegnung. Dresden ist ja auch eine Mannschaft, die ein gewisses 2-Liga-Potenzial mitbringt. Und ich denke, in Dresden hat man hier auch gute Chancen, Darmstadt zu schlagen. Und deswegen würde ich mal einen Tipp auf den Drittligisten wagen. Und ich sage, Dynamo setzt sich mit 2 zu 1 durch. Und zu guter Letzt haben wir dann nochmal ein Bundesliga-Duell zwischen Mainz und den Bayern. Und auch wenn die Bayern hier, was Kader und Form angeht, vermeintlich überlegen sein werden. Und ich denke, spielerisch werden sie es auf jeden Fall. Denn in der Hinsicht haben sich die Bayern in dieser Saison schon gut entwickelt. Auch wenn man sich gegen den ein oder anderen Top-Gegner bis hierhin sehr schwer getan hat. Die Pflichtaufgaben allerdings haben die Bayern bis hierhin allesamt sehr souverän gelöst. Gegen Mainz hat man sich allerdings in der Vergangenheit auch hin und wieder mal schwer getan. Ich erinnere mich da an einige Spiele, wo Mainz überraschend gewonnen hat. Wenn wir jetzt mal die letzten 5 aufeinandertreffen nehmen. Wohlgemerkt in Mainz, da haben die 05er tatsächlich 3 Spiele gegen den FC Bayern gewonnen. Jetzt von einer Art Angstgegner zu sprechen, wäre definitiv übertrieben. Nichtsdestotrotz, Mainz ist in der Lage, den Bayern hin und wieder mal ein Beinchen zu stellen. Ob man das jetzt doch in dieser Phase schafft, wage ich allerdings zu bezweifeln. Vielmehr gehe ich davon aus, dass die Bayern sich hier souverän und wahrscheinlich sogar deutlich durchsetzen werden. Und da wäre mein Tipp ein 4 zu 1 für den deutschen Rekordmeister. Mainz war ja bis hierhin zu Hause auch nicht wirklich erfolgreich, jetzt auf die Bundesliga bezogen. Von 5 Partien hat man zu Hause keine einzige gewonnen. Zu 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Es wäre natürlich ironisch, wenn man da jetzt im DFB-Pokal dann ausgerechnet gegen die Bayern ein Ausrufezeichen vor allem im Publikum setzt. Aber das würde mich persönlich dann doch eher überraschen. Und ja, das waren meine Tipps zur zweiten Runde im DFB-Pokal. An der Stelle könnt ihr mir gerne mal eure Prognosen in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was ihr so tippt. Ansonsten habe ich euch an der Stelle noch mein neuestes Video in der Endcard verlinkt. Und in dem Sinne, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.